Jetzt wird die Kassette geöffnet, weil sie einen Reduzierrahmen hat, hält Martin den Reduzierrahmen fest und lässt sie sich in die Hand fallen. Währenddessen hat Dennis den Entwickler fertig gemacht. Und wer macht komische Kommentare? So, Entwickler ist drübergekippt. Und ein Bild kommt bei Negativ. Und der Chef sagt, ab wann muss gemessert werden? Ich würde sicher was sagen. Ja, mehr, mehr, mehr. Fließen, fließen. Das ist ja aufregender als im Western. Vor allem, ich habe Ihre Kontur nicht mehr gesehen. Jetzt war auf einmal die Nase da und dann... Auge auf die Platte. Okay, das reicht am Wässern. Jetzt nimmt er sich keine Schaden. Wir machen das an und gehen zum Fixieren. Das ist auch... Ich nehme doch einfach nochmal die Glasplatte, wie sie so aussieht. Ja, vielleicht auch mit mehr Licht, oder? Okay. Halt. So mal scharf zu stellen. Ja, wunderbar. Ja, und ab in den Fixierer. Sind die jetzt auch schon die knacken Schaftersößen an den Augen? Ich glaube, es werden Sie dabei finden. Wow. Tada! Tada! Magic! Sehr schön. Wie viele sollen wir am Ende haben? Drei? Jeder? Drei selber? Also von sich? Insgesamt soll ihr drei Bilder haben, jeder, ne? Dann muss noch einer eins von mir machen. Fertig.